Willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal, ChrissyWern89. Ich habe mir immer wieder was bestellt. Fassniden. Dieses Mal die Eurikanta Kalkarata. Sehr hübsche Tiere auf jeden Fall. Die meisten werden wohl noch Jungtiere sein. Dies ist Packung 1. Dann hier noch Packung 2. Sind wohl noch kleinere drin, die man jetzt gerade noch nicht sieht. Die kommen gleich in ihr Terrarium. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Art findet. Eine schöne große Art auf jeden Fall. Das war's. Und noch einen schönen Feiertag am Montag. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.